Ach, krass. Also, wenn du da mal so einem echten Löwen in die Augen blicken kannst, da wird's das schon anders. Ja, Wahnsinn. Guck dir mal den Kopf an. Boah, ist das krass. Boah, ja, Wahnsinn. Boah, der hat sich richtig anvisiert. Boah, der Löwe macht mir auch ein bisschen Angst. Das war so beeindruckend. Das ist einfach krass gewesen. Leider. Leute. Jetzt haben sie Hunger. Viel Spaß. Es kann nur einen Bachelor geben.